Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abyss, die Geister von Eden. Ja, wir haben ja in der letzten Folge uns den Seilzug und den Benzinkanister und den Schäkel geholt. So, jetzt müssen wir erstmal, glaube ich, hier dieses Wimmelbild lösen. Oh ja, oh schön, was ist das? Seil am Haken. Düdydydy. So, was haben wir denn hier alles? Aha, ein Ausweis. So. Seepferdchen. Dem Mechanismus fehlt eine Kurbel. Dann nehmen wir die doch einfach. Wow, da ist ein Anker. Wollt. So, dann können wir das sein am Haken. Werkzeugkasten. Äh, ein Werbeschild. Wollt. Jawohl. So, dann haben wir noch ein Megafon. Hallo. Wo haben wir denn hier einen Megafon? Ah, da. Gut versteckt. So, hier. Tinte. Jawohl. So, jetzt wollen wir noch eine Boje. Düdydydydydy. Die ist aber auch wieder richtig gut versteckt. Overalls. Hä? So, da haben wir die Moräne, die erste. Und da ist die zweite. Jetzt fehlen uns noch, fehlt uns noch die Seeschnecke. Seeschnecke. Wo ist denn hier die Seeschnecke? Hallo, wo bist du? Da ist sie. Ja, Bingo Bongo. Die haben wir auch gefunden. Jetzt fehlt uns noch die Boje. Ich wusste gar nicht, dass Bojen unter Wasser schwimmen. Hä? So, da ist aber nix. Da ist nix. Das ist ein Feuerlöscher. Was ist das? Scheinwerfer. Ja, Eiferbübsch. Wo ist denn die Boje? Und die Overalls. Das könnte der Overallen. Jawohl. Das haben wir auch. Jetzt schauen wir mal irgendwie im Hintergrund. Ne, finde ich nicht. Sarens, wo ist denn das Ding? Hier ist überhaupt nix. Ja. Ich glaube, dass wir wieder dran vorbeiflitzen. Und den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Okay. Das soll... Das sieht aus wie eine Lampe. Okay. Dann haben wir das gefunden. Jetzt haben wir einen Haken am Seil. Okidoki. Dann glaube ich, gehen wir nochmal zur Station rauf. So, was haben wir hier? Irgendwas hing mal hier. Aber ein Kettenring ist zerbrochen. Kann man das vielleicht da ansetzen? Dann ist es sinnlos. Was ist hier mit? Ist auch sinnlos. Ah, den Schäkel vielleicht. Jawohl. So, dann vielleicht den Seilzug. Ja. Und dann das Seil. Okay. So. Okay, dann haben wir das schon mal dran. Supi. Dann haben wir das auch hochgehoben. Jetzt können wir hier die Luke auf... Jawohl. Dann können wir das Wasser ablassen. Wie geil ist das denn? Okidoki. So, dann geht es jetzt hier weiter. Bubibubi. Ah ja, da müssen wir jetzt... Genau, da müssen wir den Benzinkampf dafür nehmen. Dann können wir die Bahn auffüllen. So. Oh, wir haben einen Zündschlüssel. Oder? Ja, ne? Einen Zugschlüssel. Entschuldigung. Gut. Schäft. Jawohl. So, dann wollen wir jetzt erstmal den Schlüssel... Schwupp einsetzen. So, dann glaube ich können wir losfahren. Zu Schach 3. Jawohl, wir können mit der Bahn fahren. Okay, das ist halt jetzt der letzte Aufenthaltsort des Professors. So, was haben wir denn hier? Ups. Okay. Es ist stockfinster hier. Vielleicht kann ich irgendwas erleuchten. Ja, ja. Rein theoretisch könnten wir das. Wenn wir Licht hätten. Haben wir aber nicht. So, gehen wir mal zurück. Da haben wir ein Schloss. Das Vorhängeschloss sieht alt aus. Unzerbrechlich. Duft. Geht auch nicht. Okay. Ich glaube, wir kommen hier erstmal überhaupt nicht weiter. Oh, was haben wir denn da? Oh, was haben wir denn da? Das muss etwas unter das Fenster schieben, um es aufzubrechen. Du, 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 du. Ja, das hatten wir schon. Gut, wir kommen hier, glaube ich, erstmal gar nicht weiter. Weil... Weil... Die Ketten, die den Aufzug halten, sind hier eingehakt. Ja, das haben wir auch schon mitgekriegt. Gut, so. Wir brauchen noch eine weitere Kette. Zurück. Ja, da müssen wir, glaube ich, erstmal wieder... Genau, da müssen wir erstmal nochmal zurück. Wir können doch gar nicht mit dem Zug fahren. So. Okay, der Weg zu Schacht 3. So, dann haben wir das aber schon mal fertig. Dann würde ich jetzt sagen... Bergbauanlage ist Versteck. Ja, wir müssen... Wir müssen, wir müssen, wir müssen... Wir haben ja hier noch unseren... Goldstab. Ich glaube, den werden wir jetzt erstmal einsetzen. So. Hier geht's nicht weiter. Da müssen wir noch einen höher. Okay. Gehen wir mal zum Platz. Und dann müssen wir... Zum Kanal runter, oder? Lolololo. Zum Schlafraum. Nein, da war auch nichts. Hier kommen wir auch nicht weiter. Da fehlt uns immer noch der... Der zweite Drachen. Den Hammer können wir nicht mitnehmen. Okay, hier sind wir dann auch falsch. Zum Labor. Nee. Das geht ja auch nicht. Funktioniert nicht, ja. Das haben wir schon festgestellt. Okay, haben wir hier irgendwas noch hier vergessen? Nee, ne? Nee. Wo waren das jetzt, verdammte Hacke? Zum Platz. So, wir sind jetzt da. Dann müssten wir mit dem Aufzug... ...und dann hier durch dieses Gezumpel durch. Rezeption. ...Warenstation. Nein. Fotografie. Nein. Da auch nicht. Das ist da. Nee, auch nicht, auch nicht, auch nicht, auch nicht. Da kommen wir nicht weiter. Da kommen wir auch nicht weiter. Ja, Eiferbübsch. Wo kommen wir denn jetzt? Ich glaube, wir müssen irgendwo hier hin. Wo waren das, wo wir den Stab einsetzen mussten? Hm, das Versteck. Ja, aber da komme ich nicht hin. Oder komme ich doch da hin? Wir schauen mal. Wir holen uns mal eine kleine Hilfe. Doch, wir müssen mit dem Aufzug fahren. Okay. Dann fahren wir mal eine Runde Aufzug wieder. Weil es so schön war. Tü, tü, tü. Ja, aber hier kommen wir nicht weiter, weil da die verdammten Legaten auf uns warten. Ja, das ist blockiert. Hier, wo kommt freiwillig in einen Raum voller Legaten? Okay, das kann ich ja gut verstehen. Jo. So, wir müssen uns noch mal einen kleinen Tipp holen, weil ich im Moment gar keinen Plan mehr habe. Zum Aufzug zurück. Okay. So, schauen wir einfach mal. Okay, gucken. Doch, wir müssen hier raus. Oder waren wir hier? Ah, ich glaube, wir müssen nach oben zur Büscherei, ne? War das nicht da irgendwo? Hier? Nee, nee. Nee. Nee, nee. Nee, das ist schon klar hier. Nee, nee. Nee, so geht's nicht weiter. Nee, nee. Nee, nee. und so war ich verkohlen wir müssen doch zur station wir haben eine säge gefunden dann hätte man mal früher drauf kommen können ich schwöre ein luftzug kommt von diesen kisten wozu ist ein wagen ohne räder gut gute frage nächste bitte aber ich glaube jetzt können wir das schloss hier aufmachen mit der segel jawohl so was haben wir denn jetzt bekommen was ist das denn eine leuchtfackel gut dann können wir hier ist zu dunkel ich komme nicht dran der berühmte schacht 3 welche geheimnisse hast du da kommen wir nicht dran wenn man rat okay dann gehen wir jetzt mal schnell zurück und dann die tippe da hinten da können wir hier das rad nämlich dran machen glaube ich jawohl das sieht nicht gut aus die wände sehen wackelig aus so jetzt gehen wir noch mal schnell zurück dann können wir uns wahrscheinlich das seil da holen so jawohl wir haben noch eine kette gefunden die können wir da wahrscheinlich hier noch kommst du mal mit kommst du jetzt mal mit du hallo hier dran machen okay gut jetzt können wir wahrscheinlich nach unten fahren damit nehme ich mal schwerpunktmäßig an dann werden wir das jetzt habe ich mal so ein bisschen in angriff nehmen